Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, liebe Freunde, herzlichen Willkommen wieder zum Afghan Online Academy. Mein Name ist Najibullah Farkhari und ich freue mich sehr, dass ich heute Ihnen eine neue Lektion präsentieren zu dürfen. So, ich möchte mich bei Ihnen für die Unterstützung dieses Kanals bedanken und freue mich auf Ihre Meinungen. Heute Lektion ist auch sehr wichtig und bleiben mit mir bis Ende des Videos. Die Familie, die Familien, die хuander haben. Das Kind, Kudach, die Kinder, Kudachan. Der Mann, Mur, die Männer, Mur, die Frau, die Frau, die Frauen, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau. Der Zund. Die Zund. Die Dichter. Die Dichter. Die Eltern. Die Eltern. Die Eltern. Die Chavertige Mädchen Die Brüder Barader 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 Für Hayati Mutahil Bez Wakt Ageir Majarad Biasam 1 O N Zaffak Un Für Hayati Majarad Für Hayati Mutahil Arosie Shoda Leidih Majarad Gishiden Talag Gerofta Ya Talag Shoda Gishiden Gishiden Talag Gerofta Die Gros Mota Baris Oma Ham Megan Kis Kalim E Zaban Inglis Meyad Die Gros Mota Mader Kalan Wa Die Gros Mute Mader Kalana Ya Mader Buzirka De Gros Fata Baris Opa Ham Megan Oma Opa De Gros Fata Die Gros Feta De Gros Fata Padar Kalan Die Gros Fata Padar Kalan Padar Kalan Haap Die Tanta Ama Die Tantin Yak Indara Ama Ama Ya Khala Haap Die Tanta Ama Khala Die Tantin Ama Ya Khala Haap Tantin Tantin Kha Kha Ya Mama Wa Die Onkel Kha Kha Ha Ya Mama Ha De Kuzin Peser Mama Peser Kha Kha Die Kuzins Peser Mama Ha Peser Kha Kha Die Kuzin Yak A A Zafeg Meere Dakhir Dukhter Kha Kha Dukhter Mama Wa Bazam Die Kuzin Dukhter Kha Kha Dukhter Mama Ha Jem Shon Die Familia Kha Nava Die Familian Kha Nava Ha Ala Bara Shon Chim Misal Be Spil Mine Familia Lieb In Teheran Kha Nava De Teheran Zundagy Mek Nava Meine Familia Liebt In Teheran Lieben As Wa Liebt Yane Meine Familia Kha Nava De Man Bokhter Liebt Shoda Meine Familia Liebt In Teheran Kha Nava De 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 Teheran Zundagy Mek Wir Zind Eine Große Familia Mä Yak Kha Nava De Bezorg Hast Sin Wir Zind Eine Große Familia In Dem Suma Viren Machen Alle Familien Ein Dem Suma Ferien Machen Alle Familien Einen Ausflug Das Kind Die Kind Das Kind Spielt Im Park Kudak Der Park Pazie Mekernet Das Kind Spielt Im Park Die Kind Gehen 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 Zu Schule Die Kind Gehen Zu Schule Dieses Kind Ist Sehr Glück In Kudak Kudak Besor Kudak Dieses Kind Ist Sehr Klug In Kudak Besor Kudak 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 Mann Die Männer Ist Eine Gute Freund In Mard Jag Dosti Khubas Diese Mann Ist Eine Gute Freund In Mard Jag Dosti Khubas So Die Frau Kudak Die Frauen Kudak Diese Frau Kauft Ein Diese Frau Kauft Ein In Kudak 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 Diese Frau Kauft Ein Ein Kaufen Os Merhaba Ochher Jene Insan Kharidari Mekunat Frauen Spielen Eine Wichtige Rolle In Die Gesellschaft Frauen Spielen Eine Wichtige Rolle In Die Gesellschaft Die Frauen Spielen Eine Wichtige Rolle In Die Gesellschaft Zan 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 Dar Jamiah Nakhsh Mhimi Rho Bazi Mekunan Disa Frau Ist In Jin Noe In Zan Mohandis As Disa Frau Is In Jin Noe In Zan Mohandis As Zan Mein Sohn geht zur Schule, Pesaran bei Madrasa und bei Magdab. Die Jungen spielen Fußball auf dem Schulhof. Pesaran der Hayat Madrasa ist eine Fußballbasis. Die Jungen spielen Fußball auf dem Schulhof. Das ist mein junger Sohn. Das ist mein junger Sohn. Das Mädchen, die Mädchen. Dochter oder Dochteran. Meine Tochter ist sehr nett. Dochter Mann sehr gut ist. Meine Tochter ist sehr nett. Die Mädchen sitzen gut im Klassenzimmer. Dochteran der Klasse bei Arami Menschen. Die Mädchen sitzen gut im Klassenzimmer. Dieses Mädchen ist unsere Nachbarin. Dieses Mädchen ist unsere Nachbarin. Die Älteren. Meine Älteren sind sehr nett. Meine Eltern sind sehr nett. Die Älteren sollten auf ihre Kinder achten. Die Älteren leben im Ausland. Die Älteren leben im Ausland. Der Vater, die Väter. Mein Vater arbeitet sehr hart. Mein Vater arbeitet sehr hart. Väter unterstützen die Familie. Er ist Vater von drei Kindern. Die Mütter hat die Mütter. Meine Mutter kann sehr gut kochen. Meine Mutter kann sehr gut kochen. Die Mütter machen sich immer Sorgen um ihre Kinder. Die Mütter machen sich immer Sorgen um ihre Kinder. Die Mütter machen sich immer Sorgen um ihre Kinder. Diese Frau ist die Mütter meine Freundin. Diese Frau ist die Mütter meine Freundin. Die Schwester, die Schwesterin. Meine Schwester ist jünger als ich. Meine Schwester ist jünger als ich. Schwesterin spielen immer Sorgen. Dieses Mädchen ist meine Schwester. Dieses Mädchen ist meine Schwester. Der Bruder, die Brüder. Mein Bruder studiert an der Universität. Mein Bruder studiert an der Universität. Meine Brüder leben beide in derselben Stadt. Baradaranam Har du Daryakshahar sind die Mütternam. Meine Brüder leben beide in derselben Stadt. In derselben Stadt. Das ist der Söhne meines Brüders. In Pesarefah sind die Baradarimanas. Das ist der Söhne meines Brüders. Verheiratet gibt ihm Mütterhil. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach fünf Jahren Bestehung heiraten sie. Meine Schwester ist seit zwei Jahren verheiratet. Meine Schwester ist seit zwei Jahren verheiratet. Er ist immer noch ledig und nicht verheiratet. Er ist immer noch ledig und nicht verheiratet. Viele junge Menschen bleiben bis ins hohe Alter ledig. So wie ich. Viele junge Menschen bleiben bis ins hohe Alter ledig. Dieser Mann ist der Zeit ledig. Er ist der Zeit ledig. Er ist von seiner Frau. 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 Er macht eine Frau. Er macht eine Reise mit seinem Onkel. Er ist von seiner Frau. 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 Er ist von seiner Frau.